Es war so, dass wir aus der Halbzeit mit unserem eigenen Passspiel nicht zufrieden waren, viele Fehler gemacht haben, die die Berliner den reiferen, abgebrühteren, besseren Eindruck hinterlassen haben. Es waren auf beiden Seiten klare Überlegenheiten und von der Idee her war das besser von Berlin. Die erste Halbzeit haben sie das Spiel gut angefangen, ich glaube, die erste Halbzeit haben wir alles unter Kontrolle gehabt haben. Es war ein gutes Spiel von uns, wir wissen, wie wir Köln gut organisiert sind, sind defensiv sehr stark, haben wir gewusst, müssen wir aufpassen mit den Kontern, Köln hat auch zwei, drei gute Möglichkeiten gehabt, haben wir das Glück, das Rune gehalten, die haben uns jetzt nicht ausgenutzt, aber trotzdem, ich finde, die ersten 20, 30 Minuten haben wir ruhig zur Führung gegangen und haben das Glück gehabt, dass 1 zu 0 Halbzeit. Wir haben dann auch gewusst, dass wir in der zweiten Halbzeit, wenn wir nicht ins Spiel kommen, dass wir schauen müssen, dass wir viel mehr in die Zweikämpfe kommen, das war zu wenig im ersten Abschnitt. Und das war dann auch so, deswegen haben wir viel in die Spitze gespielt, viel auf zweite Bälle, wenn du nicht fußballerisch am besten Tag hast, musst du versuchen, alles im kämpferischen Bereich abzurufen, das haben wir dann auch versucht. Wir haben eine komplette andere zweite Halbzeit, nach meinem Geschmack, das war nicht mehr so ganz fußballmäßig, sondern so Richtung englische Zweite Liga, viele lange Bälle, viele zweite Bälle, die Jungs haben sich sehr leidenschaftlich, sehr gut verteidigt, eigentlich, da musst du ein Konto durchzuführen lassen, haben das nicht geschafft und muss man sagen, zum Schluss haben wenig Glück gehabt, weil die Kölner hat das gut gemacht, die haben so richtig, wie soll ich das nennen, Power-Fußball, lange Bälle, Druck, immer zweiter Ball zu erobern und da waren sie stark, haben uns dann halt dafür nicht mehr belohnt, im Normalfall kriegst du weit mehr Konterschancen, das haben sie gut kontrolliert, das war schwierig, auch mit der Offensivqualität des Gegners, das war nicht einfach, aber unterm Strich denke ich, hätte es anders ausgehen können, aber ich bin da halt immer so einigermaßen realistisch, dass ich sage, es war nicht so ein gutes Spiel und dann ist es in der Bundesliga im Normalfall so, dass du da keine Punkte mitnehmen kannst. Also habe ich das ganze Zeit auch zu machen, aber ich habe noch ein paar